Herzlich Willkommen im historischen Fischhaus in Dresden, dem wohl ältesten Restaurant unserer Stadt. In unserem Haus finden Sie alles für Ihren Aufenthalt, ob Gartenhaus mit Spielplatz, wunderschöner Außenbereich, Festsaal, Heidestube, heißer Stein in unserer Schwarzbrennerei. Und für alle, die nicht aus Dresden kommen, haben wir wunderschöne Übernachtungsmöglichkeiten, um die traumhafte Dresdner Umgebung samt der sächsischen Schweiz entdecken zu können. Aber heute nehme ich Sie mit in unsere Küche und präsentiere Ihnen unsere neue Idee Schick in Schale, alles um den Humor. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de